Hallo, ich bin Heike Götz. Ich helfe heute Norddeutschen, die es glücklich macht, anderen zu helfen. Da holst du hier mal ein Brötchen ab. Das Pferd darf auf dem Flur sozusagen. Das machen wir immer so. Hier steht ein Pferd nicht auf dem Flur, sondern mitten im Laden. Ich bin im Marktreff in Koberk. Koberk ist eine kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein zwischen Hamburg und Lübeck. Das scheint ein ganz normales Dorf hier bei uns im Norden zu sein. Aber es ist doch ein ganz besonderes.